Wie macht man eigentlich angepassten Gehörschutz? Moin und herzlich willkommen bei Langer Hörgeräte, dem Fitnessstudio für Ihre Ohren. Jeder, der regelmäßig Gehörschutz nutzt, weiß um die Problematik des Hals im Ohr. Ob bei der Arbeit, zum Schlafen oder auf Veranstaltungen, schnell rutscht der Schaumstoff- oder Silikonstopfen aus dem Ohr und schon ist der Lärmschutz dahin. Viele wissen schlichtweg nicht, dass dieses Problem relativ schnell und preiswert gelöst werden kann, nämlich mit einer Maßanfertigung bei Ihrem Akustiker. Dieses Video zeigt, wie die Abformung von Ihrem Ohr genommen wird und anschließend der Gehörschutz hergestellt wird. Los geht's mit der Abformung. Für eine erfolgreiche Abformung benötigen wir ein Otoskop, einen Leuchtstab, einmal Abformmasse, dann die passende Abformpistole, Wattepads und eine Folie. Und dann geht's auch schon ans Ohr. Zuerst schauen wir ins Ohr hinein, gucken, ob alles in Ordnung ist, ob das Trommelfell normal aussieht und ob der Gehörgang frei von Ohrenschmalz ist. Dann setzen wir das Wattepad an den Anfang des Gehörgangs, um ihn dann mit dem Leuchtstab in den Gehörgang zu führen, sodass das Trommelfell von der Abformmasse, die wir gleich in den Gehörgang einbringen, geschützt ist. Hier kommt die Masse. Das ist ein Zwei-Komponenten-Silikon, darum muss das mit dieser Pistole ins Ohr gebracht werden, weil dieser Aufsatz hier vorne die beiden Silikone miteinander vermischt und so können wir ganz bequem unsere Abformung nehmen. Das ist ein bisschen kalt im Ohr und fühlt sich sehr dumpf an, aber ansonsten passiert da nichts Schlimmes. Nun das Ganze noch mit einer Folie abdecken und dann kurz warten. Die Folie können wir dann entfernen, lockern dann hier ein bisschen durchziehen am Ohr, damit kein Unterdruck entstehen kann und dann nehmen wir die Abformung aus dem Ohr. Ein paar Haare mit hängen geblieben und da ist das gute Stück. Die Abformung wird jetzt hier nochmal mit einem Skalpell bearbeitet, das heißt, wir nehmen alles weg, was wir nicht mehr brauchen, sodass eben gleich beim Fräsen das Ganze deutlich schneller geht. Apropos Fräsen. Die bearbeitete Abformung wird jetzt noch mit einem Fräser bearbeitet. Das kann man sich vorstellen wie einen etwas professionelleren Dremel. Hier mit einer Schleifkappe wird das alles ausgearbeitet und dann hat man binnen kürzester Zeit seinen fertigen Gehörschutz. Der wird jetzt noch mit antiallergischem Lack versehen und fertig. Wie Sie sehen, kein großer Aufwand für Sie mit maximalem Ergebnis, nämlich dem erfolgreichen Schutz Ihres Hörvermögens. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, schreiben Sie uns einen Kommentar, liken und betätigen die Glocke und lassen uns doch bitte da oben ein Abo da. Mehr zum Thema Gehörschutz gibt es hier und damit sage ich bis zum nächsten Mal und bleiben Sie hörfit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020